So, Freunde der Nacht. Weiter geht's. Akku ist leer. Keine Ahnung. Denen ist zu kalt. Die wollen heute alle nicht so. Das war das letzte sogar noch ein nagelneuer Akku. Aber wie soll das sein? Unser Navigator hat sich gedacht, wir müssen noch mal querfeld einlaufen hier. Da sind wir leicht vom Weg abgekommen. Alter, da hinten schlägt das gerade hier. Aber wir kriegen das hin. Was? Was denn? Was? Was? Ach so. Ach so. Ach so, du bist sicher, dass wir hier richtig sind. Ach so, so ein richtiger Waldweg ist das hier nicht? Aber hier kann man dann nochmal so richtig schön die Fauna und Flora in Rinteln erleben. Das ist doch was. Also heute waren wir hier auf jeden Fall die Ersten. Ja, nix mittendrin. Hä? Ja, noch ein Reh. Ja, hinten steht ein Reh. Hier steht Niederknoth einfach. Du wirst nur langsam machen für ein Foto. Außer man hätte sie eh ranzoomen müssen. Ja. Wie. Ja. Wie. Wie. Ja, das stimmt. Und du sagst, wir wären hier alleine unterwegs. Menschen sind auch nur Tiere. Die meinen nur, die wären was Besonderes. Es wird richtig warm auf den Rücken von der Sonne. Was? Ach so, das sieht man natürlich so vor, dass man hier links muss. Entschuldige. Ich habe die Markierungen nicht gesehen. Aber ich kann die noch nicht so richtig deuten. Weil die überall sind. Ach so, wir müssen die umrunden, die Bäume. Okay. Du weißt, dass es ganz schön gefährlich ist, so zu laufen. Ja, weil du den Boden nicht siehst, weil alles Schnee drauf ist. Du weißt nicht, was da drunter ist. Genau, zum Beispiel. Ach, hier ist der Weg. Ich habe keine Angst. Ich will nächste Woche auch nicht heiraten. Ich kann mich auch eine Woche oder zwei oder drei. Um mich geht es hier nicht. Natürlich geht es um mich. Oh. Wir können heute endlich mal wieder Treppen steigen. Stufen. Ja. Juhu. Nach Wochen und Monaten endlich wieder Touren, die immer gesteigen können. Wenn er nicht geschlossen ist. Wenn er nicht geschlossen ist, genau. Das erste und andere ist der Highlight auf dieser Tour. Ist das so? Warte, wir wollen mal gucken, ob wir so auf ein Foto kriegen. Ja, ist noch zu warte. Stopp. Jo, jo, jo. Wir haben Tourmelfahrung mittlerweile. Ja, ja. Die Tourmelfahrung. Jetzt wird es besser. Immer noch nicht. Hinter den Bauch. Wolltest du schon? Ja. Das geht nicht. Nein, bei mir war es noch nicht. Das ist ja endlich. So. Von wem ist der? Das ist der Ludwigsturm 2. Aber hier gab es doch noch einen Ludwigsturm 1 auch noch, ne? Ja, genau so ist das. Hier kommen wir aber nämlich nicht hoch. Nichts, nicht, 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 nicht. Ach guck mal, hallo liebe Wanderer, falls ihr unterwegs seid, wünsche ich euch eine entspannte Tour, Gruß Anja. Anja, wir haben deinen Gruß bekommen. Ich schicke ihr mal eine Willi-Nachricht. Den Daumen hoch. Warte mal, stell dich mal vom Ding ins Land, dann schicke ich mal ein Bild von dir. Neben der Lebensgefahr-Dinges. Ich höre sie jetzt schon lachen. Ja, schon ein bisschen älter. Keine Ahnung, das sieht natürlich aus. Oh, den Wind hier ausgeliefert. Aber ich dachte, hier gibt es zwei Türme. Zehn nach zwölf. Was sind das? Ich habe gesagt, zehn nach zwölf. Alter, das ist doch noch richtig früh. Ja, dann legen wir ein bisschen mehr dran, das ist mein Problem. Der Gimbal, scheiße, er ist doch Mist hier. Und leer? Ja, du, bei der Kälte ist das halt. Soll ich dir was zu sagen. Ach, Anja. Pock, 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 pock. Ja. Ich muss so sein, dass ich den anderen kriege. Warum haben wir eigentlich noch keine Gruppe aufgemacht? Aber was denn? Mit wem denn? Wir beide oder was? Wir beide. Mit die Besucher. Der ist gerade so ein. Ja. Und dann können wir die alle da hinzufügen, die mal mitwollen. Die mal mitgelaufen sind. Genau. Mitwollen. Eigentlich müsste man hier so einen Button oder so. Weißt du? Vergeben an die Leute, die mitgelaufen sind, kriegen sie so einen Crazy Wanderer-Button oder so. T-Shirt. T-Shirts müssen wir auch immer noch gucken. Aber das machen wir. Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann setzen wir uns da raus auf den Rechner bei mir. Dann machen wir das Hotel. Und dann können wir das T-Shirt auflassen. Ja. Mal gucken, wenn wir eine vernünftige Schrift dann noch hinkriegen. Jetzt geht's aber los hier. Hast du ein Bild von mir wieder reingeschickt? Die ganzen Frauen schreiben. Nein, nee. Jetzt ist es mal. So, du bist du am. Ja, schon ein bisschen traurig, dass sich da keiner drum kümmert, ne? Ja. Aber irgendwoher muss das Geld ja kommen dafür. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wäre der jetzt gerne hochgegangen. Aber wir zählen schon. In Rente. Ludwigsturm. Ludwigsturm. Ludwigsturm haben wir ausgelassen. Zweimal. Knapp weg. Ludwigsturm. Ja. Und jetzt ne Hütte. Ja, da ist ja. Ja. Ja, das ist gut möglich. Kommen wir dran vorbei, oder? Ja, wahrscheinlich. Sieht aus wie der höchste Puppen auf dem Berg hier. Ja, lass uns mal gucken. Ja. 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 Ja, das ist ja noch mal hoch. Ja. 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 Dieser Weg wird kein leichter sein. Naja, das ist ein Punkt hier. Oh, das gibt's hier, wie gesagt. Hast du? Wenn nicht vorhin, dann du. Dann hier. Ah nein, das wird fast. Spielwiese. Ne, das machen wir. Für Spielwiese machen wir keinen Umweg, ne? Ne. Riesenbank. Die Hammer-Natur könnt ihr Hardcore-Tour nennen. Bei dem wird der gefürgten Hund, der viel Freude noch. Die Riesenbank. So. Na, gucken wir uns die Riesenbank an. Okay, wir haben die zu ändern. Ja, die erweitern. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Hier haben wir Gipfel. Das ist Gipfel. Daumenberg, 300 Meter. Das sind jetzt 314. Oh, scheiße. Komm weiter. Na komm, dann geht's zurück. Gehen wir da hinten hin, oder? Ja, fertig. 14 oder so. Und schon bin ich bis zu den Knien im Schnee. Ja. Hast du dir sicher, dass wir hier hin müssen? Ja. Da hinten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich guck mal, wie wir durch die Bäume kommen hier. Was? Siehste? 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 Was habe ich dir gesagt? Ja, habe ich dir auch gesagt, dass es gefährlich ist hier. Nein, nein, nein. Hier ist ein Weg. Oder hier waren sie. Alter. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, dass es passt. Da ist auch ein Weg. Schon sind wir wieder. Schon sind wir wieder mitten im Wald hier. Woher will ich da hin? Ja, dann gehen wir da rein. Alter, hier läuft der Schnee schon in den Schuhe. Nein, ich war auf dem Fall. Ich war tiefer im Schnee. Was sagst du? Hier ist der Weg. Hier ist ein Weg. Na? Was sagt ihr dazu? Ist hier ein Weg? Ja, ok. Könnte als Weg durchgehen. Ja, sowieso. Ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen weiter rechts. Ja, wir können noch einmal durchs Schwerfeld gehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Guck mal, so macht mir das doch schon wieder Spaß, als diese scheiß Wegelauferei. Das ist mein Ding hier. Das habe ich gerne so was. Ja, der Achim ist nur gemacht, um mich heute noch mal glücklich zu machen. Ich gehe in deine Fußstapfen nach, und dann denken die, hier wäre ja nur einer hergelaufen. Vor allem, gehe ich auf Nummer sicher und weiß, dass mir nichts passieren kann. Ich könnte euch erinnern, was ihr vor zwei Minuten gesagt habt. Ein bisschen weiter rechts müssen wir noch. Ein bisschen. Ja, ich muss gleich mal okay Google, die Definition von bisschen. Ach, Google antwortet auch nicht. Ah, sieht gut aus. Ja, wenn es gut aussieht. durch These Ends rein. Auf, von Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wurden wir nochmal richtig belohnt, wir müssen wohl lieb gewesen sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020